Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Nähtutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr stabile und dehnbare Nähte bei hochelastischem Lycra ganz einfach mit eurer Nähmaschine oder eurer Overlockmaschine umsetzen könnt. Bei Lycra handelt es sich um einen sogenannten 4-Wege-Stretchstoff, also einen bielastischen Stoff, der sowohl in der Längs- als auch in der Querrichtung sehr stark dehnbar ist. Er wird daher oft für Tanzkostüme, Bademode oder Bodysuits verwendet, weil er sich perfekt an die Körperform anschmiegt und einen hohen Tragekomfort bietet. Lycra solltet ihr am besten mit einem Rollschneider und einer Schneidematte zuschneiden. Die Stoffkanten fransen nicht aus und müssen deshalb nicht zwingend versäubert werden. Beim Nähen von Lycra und anderen Stretchstoffen ist es hilfreich, den Nähfußdruck zu verringern, damit der Stoff beim Nähen nicht ungewollt gedehnt wird, um später möglichst elastische Nähte zu erhalten. Da die meisten Lycra-Stoffe sehr glatt sind, ist es zudem empfehlenswert, einen Oberfußtransport zu verwenden. In meinem Fall ist dieser in der Nähmaschine integriert. Solch ein Transporteur lässt sich bei vielen Maschinen aber auch als Fuß dazukaufen. Alternativ könnt ihr auch einen Teflonfuß nutzen, um den Transport zu verbessern. Ich nehme hier aber einfach meinen Standardfuß. Verwendet beim Nähen von Lycra eine Stretchnadel mit einer Stärke von 60 bis 75. Diese hat eine abgerundete Spitze, welche verhindert, dass die Nadel von den Elastanfäden gebremst wird und so Fehlstiche entstehen. Nutzt zudem ein hochwertiges Garn aus Polyester mit der Stärke 120. Zum Nähen von Lycra ist eine Overlockmaschine ideal. Mit den richtigen Einstellungen klappt es aber auch wunderbar mit einer normalen Nähmaschine. Wichtig ist, dass die Naht elastisch ist, das heißt sich mit dem Stoff mit dehnen kann. Hierzu eignet sich zum Beispiel ein kleiner Zickzackstich, ein Gratstich mit Zwillingsnadel oder ein dreifach Zickzackstich. Ich zeige euch an dieser Stelle verschiedene Stiche, die ihr verwenden könnt. Sicherlich werdet ihr den ein oder anderen auch an eurer Maschine finden. Generell sollte ein Stich gewählt werden, der möglichst viele Stiche pro Zentimeter aufweist, damit sich die Naht möglichst gut mit dem Stoff mit dehnen kann, ohne zu reißen. Wählt generell lieber einen breiteren als einen zu schmalen Stich, ansonsten bilden sich sehr schnell Wellen. Wenn ihr das allererste Mal mit Lycra arbeitet, würde ich euch auf jeden Fall ein kleines Probeteil empfehlen, um die Sticheinstellungen vorab zu testen. Für diejenigen unter euch, die einen Overlock-Maschine besitzen, möchte ich hier auch noch kurz zeigen, welche Einstellungen wichtig sind, um eine perfekt versäuberte Naht umzusetzen. In den meisten Fällen reicht es hier, eine klassische 4-Faden-Overlock-Naht einzustellen. Sollte eure Maschine aber den 3-Faden-Super-Stretch-Stich unterstützen, könnt ihr auch diesen wählen. Auch an der Overlock empfiehlt es sich, den Nähfußdruck etwas zu verringern, um ein Dehnendes Stoff zu vermeiden. Den Differentialtransport solltet ihr je nach Stoffart zwischen 1 und 2,25 einstellen. Bei meinem dickeren Lycra wähle ich hier 1,5. Die Stichlänge liegt in der Regel zwischen 2 und 3,5. Ich wähle auch hier einen Mittelwert bei 2,5. Für meine Naht schalte ich das Messer ab und nähe knappkantig am Rand entlang. Ihr könnt aber auch mit aktiviertem Messer die Nahtzugabe abschneiden. Ich verwende hierbei am liebsten Nähclips und versäubere meine Kanten Stück für Stück. So erhaltet ihr eine sehr dehnbare und saubere Naht, die zudem sehr haltbar ist. Nun sind wir schon wieder am Ende dieses Tutorials angekommen. An dieser Stelle sage ich danke fürs Einschalten, lasst gerne einen Like da, wenn euch dieses Video geholfen hat und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt.